Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe zwei der neuen Sorten von Manuelsen, einmal Jackies Root und einmal Machete im Kopf. Ich würde sagen, wir labern auch gar nicht lange rum. Ich zeige euch das Intro, dann den Kopfbau und dann kommen wir dazu, wie die Sorten so performen. So Leute, dann kommen wir als erstes mal hier zum Kopfbau bzw. den Kopfbaus, weil wir haben ja zwei Tabaksorten, einmal Jackies Root und einmal Machete im Kopf. Ihr seht schon, die sind beide noch zu. Ich habe noch keinen von beiden geraucht, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal die Dose auf und gucken mal, was uns da so erwartet. Okay, wir sehen hier so eine Klarsichtfolie, aber auf jeden Fall schon mal cool, dass es kein komischer Zipper ist. Wir machen mal die Folie einfach ab. Geht auf jeden Fall relativ easy und gucken uns mal hier von Jackies Root als erstes Schnitt und Feuchtigkeit an. Leute immer vorher umrühren. Kennen wir ja mittlerweile schon. Okay, die Noten, die mir hier schon vom Geruch in die Nase steigen, sind auf jeden Fall schon mal nice. Ich will noch gar nicht zu viel erzählen. Zum Geruch kommen wir ja dann im Review noch. Aber auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und wir sehen schon, auf jeden Fall schöner Schnitt, schöne Feuchtigkeit, sehr, sehr angenehm. Ja, das geht auf alle Fälle klar. Gefällt mir gut. Gefällt mir echt gut. Also Ersteindruck, sehr, sehr nice. So, Jackies Root bauen wir in dem dunkleren, würde ich sagen. Nehmen wir uns hier unseren Oblaco und schnappen uns dann einfach locker, fluffig hier ein bisschen Tabak. Da würde jetzt wahrscheinlich was ein bisschen in die Mitte fallen. Normal müsste ich einen Funnelstopfen nehmen. Aber der versperrt euch am Ende hier beim Kopfbau nur die Sicht oder so. Also für Videos benutze ich den jetzt nicht gerne. Privat nehme ich da eigentlich meistens noch einen Funnelstopfen zur Hand. Aber ich werde jetzt wohl einfach in Kauf nehmen müssen, dass meine schöne Kopfbauunterlage da ein bisschen Tabak abkriegt. So, ich lege erst einfach locker, fluffig überall Tabak hin, wo ich denke, wo noch ein bisschen Tabak hin muss. So sollte das passen. Dann gehe ich mit der anderen Gabelseite hin und verteile das einfach so ein bisschen im Kopf. Ich will jetzt nicht andrücken, ja, aber ich will es einfach so ein bisschen verteilen, dass es gleichmäßig schön überall liegt. So relativ fluffig. Also irgendwas zwischen super fluffig und semi dense, würde ich sagen, sollte das am Ende sein hier. Aber Schnitt geht auf jeden Fall klar. Feuchtigkeit auch sehr, sehr nice. Kaum Ästchen zu sehen auf jeden Fall. Eigentlich schon ready. Jetzt kommt da noch ein HMD drauf und dann ist der Start klar. Ja, wir machen dasselbe, aber nochmal mit dem zweiten Kopf, weil wir haben ja hier noch Machete im Kopf. Noch den zweiten Kopf, Machete im Kopf. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 17,90 Euro. Muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Ist wahrscheinlich einfach mittlerweile so unser Standardpreis für Tabak. Kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. So, entweder man kauft es halt oder man kauft es nicht. Die Hersteller machen da sowieso was, was sie wollen. Denn ich finde es jetzt natürlich nicht geil, dass Tabak teurer wird. Aber ja, ist dann wohl so. Übrigens, ob der Tabak irgendwie konform ist oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Also habe ich auf jeden Fall nichts zugehört. Und wir gucken uns mal hier Schnitt und Feuchtigkeit vom zweiten Tabak an. Vom Machete im Kopf. Rühren das auch mal alles ordentlich um. Aber Leute, also Tabakqualität geht auf jeden Fall klar. Ja, sehr angenehm. Schön fein geschnitten. Kaum Ästchen am Start. Gute Feuchtigkeit. Nicht zu klebrig, aber auch nicht irgendwie komplett trocken. Also Tabakqualität ist auf jeden Fall für den Virginia schon mal sehr, sehr nice. So, zweites Köpfchen. Wieder der Oblaco M. Diesmal in der Hooker Club Show Edition. So, ah und Leute, übrigens, ich würde euch gerne verraten, wo ihr noch Oblacos kaufen könnt. Aber ich weiß selbst gerade nicht, wo es noch welche gibt. Also, ja, ist ziemlich schade. Aber habe ich wohl im Moment einfach keine Antwort zu. Und auch meine Kopfbohrgabel, die ich hier benutze, die habe ich von der Hooker Club Show in Russland. Ich habe jetzt wohl vom Dennis von Shisha Union gehört, dass er dran ist, die zu holen. Und auch Elvano will sie wahrscheinlich holen. Ja, wir schauen mal, wer da zuerst was am Start hat. Weil ich weiß, dass einige von euch Bock auf diese Gabel haben. Und ihr seht es ja auch, ich benutze sie immer. Also wirklich mein tägliches Werkzeug zum Köpfe bauen. Und ich, keine Ahnung, diese Kombi, beides direkt am Start zu haben und nie zu verlegen und zu suchen oder so. Also natürlich könntet ihr beides verlegen, aber ja, wenn ihr eins habt, habt ihr auch das andere. Super, super griffbereit. So, du schaufelst einfach hier mit der Gabelseite rein, drehst um, zack, hast hier die Lochstecherseite. Das ist schon einfach, also ich feiere sie auf jeden Fall. Und so viele, wie mich immer nach dieser Gabel hier fragen, gibt es bestimmt auch einige von euch, die die gerne hätten. So, wir machen hier den Rand ein bisschen frei. Da haben wir tatsächlich mal ein kleines Ästchen hier. Aber auch das ist eigentlich nicht wild, also das kann man locker drin lassen, das macht da gar nichts. So, ich gehe nochmal über die Ränder von den beiden Köpfen, mache Cola an, stelle mir meine Pfeifen hin und dann sehen wir uns im Review wieder. Kaum Ästchen drin, von der Tabakqualität her auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit dem an, den ich drinne habe und zwar den Jackys Root. Das ist der hier und wie immer kommen wir da als erstes mal zum Geruch. Was soll das Ganze sein, Jackys Root? Bei dem Namen kann man sich schon denken, das geht so ein bisschen Richtung Jack Daniels irgendwie. Wurde nie gesagt, wurde aber irgendwie so kommuniziert. Also es wurde nicht explizit gesagt, aber es wurde immer so darauf hingedeutet, dass es das wohl sein soll. Ich würde sagen, wir riechen einfach mal dran und gucken mal, was wir da rausriechen. Also es ist nicht eins zu eins ein Jackie Cola, safe nicht. Aber es ist eine sehr leckere Cola Note, die aber mehr in diese Süßigkeiten Cola Note geht. Und man hat auf jeden Fall noch so eine leicht, ich will nicht, also es ist nicht so ein krasses Karamell. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage Karamell in Bezug auf Jackie Cola. Ja, da ist ja immer doch so ein leichter Karamelltouch mit dabei. Und den hat man hier auf jeden Fall auch. Was man zum Glück nicht hat, ist irgendwie so eine stechende, beißende Alkoholnote. Das haben schon manche Tabakhersteller versucht umzusetzen, das hat bis jetzt nie so richtig geil geklappt. Aber riecht auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir nehmen mal ein paar Züge, gucken uns mal die Rauchentwicklung an. Achso, bevor ich zur Rauchentwicklung komme, Setup. Leute, die neuen Steckboats von Mose sind raus. Sehr, sehr geile Dinger. Ich habe mir die blaue geholt, natürlich passend zu meiner Blue Hybrid von Mose. Oben drauf, habt ihr ja schon im Kopfbau gesehen, der Oblaco M mit dem Karlaut 1 Plus Nieres. Schlauch ist von WLKX. Die Kopfbaugabel gibt es, wie gesagt, leider nicht in Deutschland. Und ja, ich glaube, das war es so ziemlich zum Setup. Wir nehmen mal einen Zug, wir gucken uns mal die Rauchentwicklung an. Okay. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall eine Kohle runternehmen. Der kriegt gerade auch ein bisschen zu viel Hitze. Aber trotzdem, zweieinhalb Kohlen mit ordentlich Kontakt. Eigentlich brauche ich da immer zwei Kohlen. Also das ist so die typische Hitzeverteilung mit zweieinhalb anrauchen. Dann, wenn ich merke, er ist an, dann nehme ich die halbe noch runter. Wenn er irgendwann wieder mehr Hitze braucht, dann packe ich die dritte wieder mit drauf. So mache ich das immer. Man könnte auch mit Deckel rauchen. Ist Geschmackssache. Ich habe mich da für Hashtag Kantenbasis entschieden. Aber auf jeden Fall sehr, sehr solide Rauchentwicklung. Wunderbar. Kein Drücken, kein Kratzen. Geschmacklich, Leute. Wie sieht der Tabak von Manu Elsen aus? Für die Leute, die Manu Elsen nicht kennen, ist ein Rapper aus der Deutschrap-Szene. Ist schon länger aktiv. Ich kannte ihn jetzt auch nicht großartig. Man hat da wohl schon hier und da mal ein paar Lieder gehört. Leute, die ja tiefer in der Deutschrap-Szene drin sind, die werden ihn mit Sicherheit gut kennen. Ich bin da nicht so ultrativ drin. Ich lasse gerne mal ein bisschen 187 UFO und Co. durchlaufen. So Classic Shisha-Bar-Musik eben. Aber ansonsten bin ich da eigentlich raus, höre ich nicht so ultra viel. Zumindest Manu Elsen habe ich nie irgendwie bewusst gehört oder so. Aber ist wohl ein Deutschrap-Artist. Aber heute soll es ja nicht um Manu Elsen gehen. Heute soll es um den Tabak gehen. Ungeachtet davon, dass es wieder ein Rapper-Tabak ist. Ja, ich glaube, bald haben alle Rapper ihren eigenen Tabak auf dem Markt. Ja, Bushido kommt ja auch noch. Sind wir auch gespannt drauf. Okay, aber wie sieht das Ganze geschmacklich aus? Man hat auf jeden Fall immer noch die Cola-Note krass im Vordergrund. Ja, also würde mich jemand fragen, würde ich sagen, das ist safe ein Cola-Tabak mit so einer leicht anderen Note im Abgang. Was eigentlich ganz nice ist, weil er deswegen nicht so ein Standard-Cola-Tabak ist. Diese karamellige Note ist immer noch am Start, aber sehr, sehr dezent im Hintergrund. Eine Alkohol-Note hat man auch im Geschmack nicht, was wieder sehr, sehr nice ist, finde ich zumindest. Ja, aber der Jacky's Root auf jeden Fall kein schlechter Tabak. Für Leute, die Cola mögen, safe, sehr, sehr nice. Es ist ein solider Cola-Flavor. Also ich könnte mir gut vorstellen, den irgendwann mal wieder zu rauchen, aber er haut mich jetzt auch nicht krass aus den Socken. Also er ist super solide, aber nicht überragend. Das wäre so mein Fazit dazu. Wenn ich ihn jetzt mit anderen Cola-Flavern vergleichen soll, zum Beispiel den Ghetto-Cola. Ich mag den Ghetto-Cola sehr, sehr gerne mit dieser ganz leichten Birnenote im Abgang. Finde ich sehr, sehr nice. Andere Leute haben auch schon gesagt, Digga, nee, Ghetto-Cola nicht so meins. Vielleicht ist dann der eher was für euch, wenn euch der Ghetto-Cola nicht so geschmeckt hat. Ich fand den Ghetto-Cola, wie gesagt, sehr geil. Ich weiß nicht, ich glaube, der Ghetto-Cola ist ein Touch vorne, aber auf der anderen Seite kann man sie halt auch nicht so krass miteinander vergleichen, weil der halt eben noch diese leichte Karamell-Jacky-Note hat und der Ghetto-Cola halt noch diese leichte Birnenote hat. Also ja, es sind irgendwie beides Cola-Flavor, aber der eine hat halt noch das extra dabei und der andere hat das noch extra dabei. Long story short, Leute, wenn ihr gerne Cola-Tabak raucht, ihr macht mit dem auf jeden Fall nichts verkehrt. Kann man sich locker easy mal eine Dose gönnen. Ich bin auf jeden Fall nicht traurig drum, dass ich mir da die Dose geholt habe. Zwischendrin kurz die gewohnte Ansage, Leute. Falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Irgendwann wäre es der Traum, dass hier hinter mir in der Mitte noch der silberne Play-Button hängt, der 100.000-Abo-Creator-Award. Das wäre auf jeden Fall ultra nice. Also falls euch die Videos gefallen, sehr, sehr gerne noch ein Abo dalassen. So, ich würde sagen, ich mache das Köpfchen aus, beziehungsweise stell es beiseite, rauche ich natürlich später noch fertig. Wir switchen den Kopf, wir wechseln schnell das Wasser und dann kommen wir zu Machete im Kopf. So, Leute, das nächste Köpfchen ist drauf. Diesmal der Machete in Kopf, nicht im Kopf, wie ich vorher gesagt habe. Machete in Kopf, irgendwie angelehnt auf irgendeinen Beef, den es da mal gab mit Bushido oder sowas. Wie gesagt, bei dem ganzen Deutschrap Beef und Co., da bin ich raus, das verfolge ich nicht. Ja, daher halt der Name von dem Tabak. Viel wichtiger als der Name vom Tabak, was ist denn in dem Tabak drinnen? Und es ist ein Zitrone-Holunderblüte-Ingwer-Tabak mit Blutorange. Zitrone-Holunderblüte-Ingwer, das kennen wir schon zu Genüge, Moloko und wie die ganzen Moloko-Abklatsch alle so heißen, kennen wir auf jeden Fall schon. Gibt es zu Genüge, aber hier bei Machete in Kopf eben noch mit Blutorange dabei. Könnte sehr, sehr geil in den Mix passen. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken mal, ob das Köpfchen schon auf Temperatur ist. Ja, und ich würde sagen, der ist ebenfalls an. So, wie aber auch bei dem Jackies Root, kommen wir als erstes mal zum Geruch. Riechen wir die Noten auch raus, die hier drinnen sein sollen. Zitrone, also ihr habt auf jeden Fall direkt im Vordergrund mega krass die Zitrone. Also die Zitrone ist definitiv am Start und im Vordergrund. Aber auch Holunderblüte riecht man sehr, sehr gut raus und Ingwer vom Geruch her in der perfekten Dosierung. Ihr riecht den Ingwer raus, aber es ist nicht so, dass ihr denkt, oh shit, Ingwer, das könnte ein bisschen zu intens jetzt werden. Weil bei Ingwer muss man immer ein bisschen aufpassen. Das mögen nicht so viele Leute, vor allem wenn es zu viel wird, aber so eine leichte Ingwernote kann schon sehr, sehr geil sein bei Tabak. Die Blutorange geht im Geruch allerdings ein bisschen unter. Also die rieche ich jetzt nicht so krass raus. Nichtsdestotrotz riecht der sehr, sehr geil, sehr schön fruchtig, sehr erfrischend. Also könnte auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Sommertabak werden. Ich würde sagen, wir nehmen noch mal ein paar Züge, gucken uns die Rauchentwicklung an und dann kommen wir auch bei Machete in Kopf zum Geschmack. Und ich denke, auch hier muss ich nicht mehr viel zur Rauchentwicklung sagen. 1A. Also absolut dicke weiße Wolken, die da rauskommen. Wunderbar. Auch Rauchverhalten absolut ohne Probleme. Kein Drücken, kein Kratzen, kein nichts. Ich muss einfach zwischendrin ab und zu den Ventilator laufen lassen. A. Wegen dem ganzen Rauch, der hier drin steht. Und B. Ansonsten wäre das bei den Temperaturen nicht auszuhalten. Wir haben gerade 34 Grad draußen. Was mache ich? Stell hier einen Haufen Lichter auf und mache ein Video. Uff. Okay, Leute. Der Geschmack vom Machete im Kopf. Was schmecken wir raus? Was haben wir gerochen vorher? Was ist drin? Aber was ist jetzt wirklich hier im Geschmack los? Der wichtigste Punkt, Leute. Der Tabak kann so gut riechen, wie er will. Wenn er nicht schmeckt, ist es scheiße. Und wie im Geruch auch schon. Zitrone definitiv im Vordergrund. Ingwer und Holunderblüte aber auf jeden Fall mit am Start. Genau gut ausgewogen. Also weder der Ingwer noch Holunder ist irgendwie too much. Aber ich finde im Vergleich zu Molucco und Co. schmeckt man schon einen Ticken mehr die Holunderblüte raus. Es gab mal irgendwann eine Holunderblüte von True Passion. Das geht schon sehr, sehr krass in dieselbe Richtung. Aber eben hier eher im Vordergrund die Zitronennote. Dann Holunder, dann Ingwer. Und im Hintergrund kommt noch so diese Blutorange mit. Ich finde es sehr nice abgestimmt. Und das ist wirklich ein Tabak, den hatten wir so noch nicht. Gerade in der Kombination mit der Blutorange dabei. Sehr, sehr geiles Ding. Also der ist wirklich hervorragend geworden. Generell, Leute, so ein kleines Zwischenfazit zu dem König im Schatten, dem Manuelsen-Tabak. Ey, bis jetzt wunderbar. Ja, Schnitt und Feuchtigkeit top. Preis mit 18 Euro. Auch relativ normal, wie es halt im Moment so ist. Rauchentwicklung geht absolut klar. Der Tabak hat keine Muppen gemacht. Hier mit Kontakt im Funnel mit Smokebox. Ja, Rauchentwicklung habt ihr ja gesehen. Auf jeden Fall krasse Wolken. Und geschmacklich hat keiner von den beiden enttäuscht. Beim Cola würde ich halt sagen so, ja, das ist eher was für Cola-Liebhaber. Gerade wenn ihr mal Bock habt, in diese Jackie-Cola-Richtung zu gehen. Ich finde, er hat es nicht perfekt getroffen. Aber geht schon so leicht in die Richtung. Stelle ich mir auch sehr, sehr schwer vor, das bei Tabak umzusetzen. Und dann noch der Machete im Kopf. Absolut nicest Ding. Also der Machete im Kopf auf jeden Fall mein Favorit von den beiden jetzt. Mehr habe ich auch noch nicht geraucht. Ich weiß nicht, ob ich die anderen noch testen werde. Oder wann ich die testen werde. Müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Aber Machete im Kopf auf jeden Fall sehr, sehr nice. Leute, wenn ihr dieses Review sehr, sehr nice findet, dann auf jeden Fall noch ein Abo oder einen Daumen nach oben dalassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha-WG